Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxos Aussi TV. Heute mal wieder ein Video aus dem sonnigen Wehntal. Heute kam bei uns nochmal die Sonne raus. Wir sind jetzt ja kalendarisch bald am Ende vom Sommer angekommen und ich dachte mir, wir schnappen uns mal den CJ7, weil an dem habe ich gestern wieder ein bisschen gebastelt. Da hole ich euch gleich dazu noch ab und gehen mit dem mal raus auf eine Testfahrt. Es hat sich tatsächlich schon am Fahrzeug was verändert. Wir haben aber bei den elektronischen Komponenten noch die RTR-Ausstattung. Ich habe ihm jetzt neue Felgen und Reifen spendiert und der eine oder andere hat es vielleicht schon ein bisschen spickelnd sehen. Da liegt ein bisschen eine andere Funke. Freunde, zeige ich euch jetzt alles mal aus der Nähe. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. Und bevor es dann auch losgeht, der eine oder andere hat sich mit Sicherheit schon gefragt, was am Wehntal oben passiert ist, weil wir hatten ja mal dort unten eine schöne Startsektion und ihr seht ja, dort sind nämlich schon Steine in Reihe und Glied aufgestellt. Dort hat man den Bereich abgesperrt. So, viele Leute, die hierher zum Crawlen kommen, Grüße gehen raus an den Björn oder an den Henry beispielsweise. Ja, oder auch an den Micha. Die haben sich schon gewundert, was passiert hier jetzt im Wehntal? Kann man hier jetzt noch überhaupt crawlen? Darf man sich hier überhaupt noch bewegen? Und liebe Freunde, die Antwort lautet erstmal ja. Es wurde nur wieder hier vorne ein Bereich abgesperrt, aus welchen Gründen auch immer. Und der wurde jetzt auch mittlerweile schon eingezäunt. Ja, auch glaube ich, wenn ich es richtig sehe, sogar mit kleinem Elektrozaun, dass da einmal wahrscheinlich die Tiere nicht durchlaufen und auf der anderen Seite wir natürlich dort auch uns fernhalten. So, ansonsten, der ganze Rest vom Felsenmeer, der ist dort noch offen. Ihr seht, da hinten sind auch Menschen auf Steinen. Das heißt also, man kann hier tatsächlich noch herkommen und die Natur genießen oder eben auch mit seinem RC einen schönen Nachmittag verbringen. So, Freunde. Und dann kommen wir doch auch schon zu dem CJ7. Ich würde jetzt da einfach auch mal von rechts nach links starten. Das heißt, wir legen da mal los mit der Karosserie. Da habe ich euch nachher auch noch eine Info, weil ich jetzt doch aus den ein oder anderen Gesprächen immer mal wieder rausgehört habe, dass die Karosserie sich dort nicht sehr leicht aufsetzen lässt. Ja, man muss sie etwas fummeln, aber ich habe jetzt tatsächlich auch einen Weg gefunden, wie man die dann gut drauf bekommt. Kommen wir nachher gleich noch zu sprechen. Ich habe jetzt mal eine Fahrerfigur reingesetzt. Ha, Freunde. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Aber Grüße gehen raus an Global RCs, weil diese Fahrerfigur erinnert mich einfach immer an den Frank von Vitafon. Und der fährt jetzt bei mir im CJ7 mit. Das bestimme ich jetzt einfach so. Liebe Grüße an dich, Frank. Wir haben ja schon da geschrieben im Messenger. Ich habe dir ja da auch schon ein Bildchen geschickt. Der Frank, der hat sein Skateboard mit dabei. Ja, das hat er jetzt hinten mal auf die Ladefläche geschmissen. Und er hat dann noch ein etwas größeres Abschleppseil mal als Deko bekommen. Ansonsten ein paar Sticker. Got badass Batlogs. Da drin steht dann auf der Armatur, Better than you ever seen. Und hinten haben wir noch so einen Spruch, der da lautet, packt eure Trainingsräder weg und die richtigen drauf. So, kommen wir auch gleich drauf zum Sprechen, denn jetzt kommen wir schon rüber zum Chassis. Das Chassis sieht soweit noch RTR aus. Ich fahre auch tatsächlich noch den 2S-Lipo mit dem Adapterkabel, den ich euch da im ersten Video schon vorgestellt habe. So, wir haben dann hier immer noch die ESC- und Empfänger-Kombo. Alles noch RTR. Motor-RTR, Servo-RTR, Dickfunktion-RTR. Was jetzt aber tatsächlich sich verändert hat, und zwar, Freunde, schaut mal her, ich habe es geschafft, die IXS-R an das Fahrzeug anzubinden. War nämlich nicht gleich von vornherein klar, ob das funktionieren wird, da wir ja tatsächlich hier von einer Smart-Empfänger- und Regler-Kombo sprechen, die für hier nochmal aus der Nähe gezeigt wird. So, wir haben ja den Binding-Prozess in der IXS-R gesehen. Das bedeutet, ihr habt ja dann immer mal erstmal die Auswahl, der Funke zu sagen, was für eine Art Fahrzeug ihr habt. Elektro-Verbrenner, Crawler, ihr erinnert euch noch an das ganze Szenario. Und wir haben ja dann die Möglichkeit, einen Empfänger anzuwählen. Und ich habe dann natürlich geschaut, ob die Bezeichnung des SPMX SE 104RX in der Fernsteuerung zu finden war. Und es war leider nicht der Fall. So, was habe ich dann als nächstes gemacht? Ich habe dann in der Fernsteuerung quasi einen Zweikanal-Empfänger, den ersten, den ihr anwählen könnt, angeklickt und habe dann auf Binden gedrückt. Und habe auch hier beim ESC und Empfänger ebenfalls die Bindtaste betätigt. Und schwuppdiwupp, was soll ich euch sagen? Lenkung, Gas und Bremse funktionieren soweit. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht getestet habe, war die Dickfunktion. Aber dafür sind wir ja heute hier. Bevor es dann losgeht, habe ich euch ja gesagt, werde ich euch noch einen kleinen Trick verraten, wenn es um die Aufsetzen der Karosserie geht. Also ich im Prinzip gehe immer so vor, dass ich natürlich schaue, dass vorne die Karosteher dann schon auf Lochposition sitzen. Drückt das runter und ihr könnt dann ja hier mit der Hand unter die Fender greifen und könnt die Fender etwas in die Karosserie einfach eindrücken. Das Ganze auch hinten, weil wenn ihr die dann von beiden Seiten mal runter gedrückt habt, dann hüpft die eigentlich schon automatisch in Position, wo sie hin soll. Ihr macht noch die Karoklammern rein und fertig ist der Luck. Ihr könnt dann schon los zum Fahren gehen. Übrigens, wer da oben noch kein Leitbar fährt, die Karoklammern kann man übrigens hier sehr toll reinsetzen. Dann A, verliert man sie nicht und B, hat sie einfach immer gleich dabei. Ich bin nämlich immer so ein Kandidat, ich packe die dann irgendwie in ein Tütchen extra irgendwo in ein Fach und dann vergesse ich es und dann liegen die daheim, ich gehe zum Fahren und dann haben wir schon den Salat. Ansonsten würde sich natürlich auch hier beim Fall des CH7 einfach das Mittelfach anbieten. Dort könnt ihr die Karoklammern auch lagern, wenn ihr das Auto zum Beispiel daheim ins Regal stellt und dann raus zum Fahren geht. Habt ihr es ja auf jeden Fall immer sicher dabei. Beziehungsweise, dritte Variante, ihr macht es so wie ich und packt euch noch Ersatzklammern in die Mittelkonsole. Aber dann, Freunde, kann gar nichts mehr schief gehen. Die iX-SR ansonsten ganz normal eingestellt. Ich habe sie jetzt mal auf blau gestellt. Ich habe dann hier immer noch 100% Steering- und Reverse-Rate. Ich habe hier meinen Batteriestatus auf dem Display. Also ich muss da jetzt auch nicht viel machen. Was dann heute noch zu Check-In gilt beziehungsweise ich dann vielleicht in der Werkstatt auch nochmal prüfen muss, ist einfach nochmal die Dickfunktion und auf welcher Taste die nun sitzt. Und ja, ansonsten, Freunde, würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde hier durchs Felsenmeer und machen mal ein paar schöne Aufnahmen mit dem CH7 und schauen mal, wie feinfühlig der jetzt mit der neuen iX-SR fährt. Hier kommen wir jetzt einfach mal zu einem kleinen Feinfühligkeitstest, dass ihr mal seht, wie denn auch das Fahrzeug jetzt mit der Lenkung beispielsweise schon reagiert. Also das ist dann wirklich sehr präzise. Zeige ich euch gleich aber nochmal aus der Nähe. Und jetzt auch da haben wir ja gesehen, letztes Mal beim kleinen, leichten Gas geben, also hier reagiert er dann schon etwas früher. Ja, jetzt setzt er sich da schon in Bewegung. Und wir haben schon eine Geschwindigkeit, die wir halten können. Mit diesem Standardprogramm, das Axial dann mit dem Fahrzeug mitgibt. Ja, kommt schon. Da kann man hier dann wirklich schon sehr, sehr feinfühlig fahren mit. Auch die Lenkung, schaut nochmal her. Also die geht einfach direkt mit, keine Verzögerung. Das ist da wirklich sehr nice. Und da seht ihr ja schon, wir können hier wirklich fast schon auf Fusion-Niveau arbeiten. Also Freunde, keine Frage. Ja, man merkt beim Brushless dann schon nochmal einen Unterschied. Vor allem, weil dann einfach auch die Power nochmal anders mitarbeitet. Und zum Beispiel bei der Fusion Pro dann einfach auch, man merkt einen kleinen Unterschied. Vor allem das Gepfeife nicht da ist, was wir jetzt beispielsweise bei Brushed-Elektronik dann doch immer mal wieder auf den ESCs bekommen. Ja. Aber, ich sage jetzt mal so, für das erste Tuning, ohne dass ich dann auch einfach die Komponenten gewechselt habe, wenn dann die iXSR schon zu Hause steht. Ja, Freunde, wir brauchen nicht darüber reden, dass ich nicht für diesen 550-Euro-Crawler dann eine 800-Euro-Funke kaufe. Natürlich, wer das möchte, macht das. Aber in dem Moment, wo ich sie ja schon habe und die iXSR damit beworben wurde, dass ich ja auch andere Fahrzeuge mitbinden kann, da muss ich sagen, freue ich mich jetzt persönlich für mich auch, dass ich einfach mit den RTR-Komponenten doch schon die bessere Performance allein nur durch die Funke habe. Das ist erst mal schön. Was ich übrigens euch jetzt die ganze Zeit noch verschwiegen habe im Intro und, Freunde, ich muss da einfach noch ein bisschen reinwachsen wieder in den Schuh, das sind die schönen Felgen. So, Grüße gehen erst mal raus an den André und an den Dennis. Die haben mir nämlich diese wunderschönen Pro-Build-Felgen zu meinem 40. Geburtstag geschenkt. Also erst mal danke an euch, Jungs. Das war wirklich ein sehr, sehr tolles Geschenk, hat mich sehr gefreut. Und jetzt im Nachgang betrachtet, war es sogar noch genau das Richtige jetzt für dieses Jeep CR7-Projekt von Axial. Ja, ich hatte die auch auf dem Bronco drauf, da habe ich jetzt aber eine andere Lösung. Vor allem der Bronco, der sieht ultimativ cool aus mit den RTR-Reifen vom Jeep. Also da habe ich jetzt einfach mal einen kleinen Tausch gemacht. Aber wir fahren das Ganze dann nochmal auf Pro-Line 1.9er Trencher Crawler-Reifen und innen drin verstecke ich einen Pro-Line Dual Stage-Forms. Da habe ich für euch hier noch zwei Einblendungen von den Artikeln. Und ja, das ist jetzt eben das, was ich auf meinem CR7 dort verändert habe, um dann auch eben mehr Schwerpunkt unten zu haben durch die Alu-Betlock-Felgen. Und natürlich dann die Performance wieder etwas anzuheben durch einen schönen Reifen, der da auch wirklich toll zum Fahrzeug passt. Und die Dual Stage-Forms, die müssen sich jetzt einfach mal draußen am Hindernis zeigen. Und Hindernis wäre dann auch schon das erste Stichwort, Freunde. Wir sind hier am ersten Felsen, noch am Eingangsbereich vom Parkplatz. Wie gesagt, da hinten ist abgesperrt. Da sind wir früher immer mal wieder hochgefahren. Richtig toller Spot für RC-Crawling. Aber tatsächlich soll man dort oben gar nichts mehr betreiben. Also auch kein Klettern. Und ja, deswegen sind wir hier vorne an der Felsformation, Freunde. Und auch hier werden wir jetzt einfach mal die Strecke so definieren, dass wir einfach mal hier hochfahren. Das wird alles noch relativ moderat hier. Dann kommt hier so ein ganz, ganz kleiner Abfall. Ich hole euch mal den Winkel her. Da wird es ein bisschen steiler. Mal gucken, ob er vorne überkippt. Und dann können wir hier die Linie hochfahren, zirkeln uns hier an dem Stein vorbei. Und ich würde sagen, hier oben auf dem Plateau haben wir dann unsere erste Station erreicht. So, ist halt auch relativ viel los. Also waren gerade auch schon wieder ein paar Kinder hier zum Klettern. Nichts gegen euch. Habt euch lieb. Aber da kann man natürlich kein Video drehen. So, deswegen, wir werden dann einfach versuchen, hier aus dem Spot das Beste rauszuholen. Und schaut euch mal die Feinfühligkeit an, Freunde. Das ist da richtig schön. Die Dual-Stage-Foams, die sorgen ja auch dafür, weil viele werden sich fragen, für was mache ich die da eigentlich rein. Die sorgen dafür, dass wenn wir dann so ein bisschen in der Schräglage mal drin hängen, dass wir einfach mehr Flankenstabilität auf dem Reifen haben. Und wenn wir nämlich mit normalen Foams arbeiten, kann das passieren, dass die uns dann in der Neigung einfach das Fahrzeug auf die Seite drehen. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, jetzt hier gehen wir mal runter. Ja, hat er schon gemeistert. Ist er nicht vorne umgekippt? Aber auch jetzt. Dual-Stage-Foams, die merke ich persönlich jetzt schon beim Fahren. Weil ich einfach hier unten auf der Kante richtig viel Stabilität habe. Normalerweise quetscht es dann in so einer Position einen normalen Foam immer richtig rein. Und deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden, auch Dual-Stage-Foams zu testen. Muss natürlich auch mal gucken, wie ich mit der ganzen Nummer zurechtkomme. Ist jetzt mein erstes Mal. Und dann gleich mal auf dem CO7 draufgeknallt. So. Frank grinst sich eins, weil der ist jetzt nicht umgekippt. Fahren wir mal weiter. Kommen wir hier schön hoch. Oh, schau mal. Jetzt musste ich hier noch mal schnell korrigieren, weil das war jetzt mein Fehler. Von lauter Gerede. Versteuert. So, ein bisschen Reelspin. Die ganze Nummer. So, und dann marschiert der CO7 da echt stramm hoch. Jetzt mit der neuen Bereifung. Und auch die Dämpfung funktioniert da richtig schön. Also ich muss wirklich für mich sagen, der CO7 hat da eins der schönsten Fahrbilder. So direkt aus der Box. Auch wenn es einfach um das Dämpfer-Setup geht. Da stehe ich nach wie vor dahinter. Ich habe da auch schon Stimmen gehört, die da ein bisschen anderer Meinung sind. Aber so sind ja auch die Geschmäcker und Meinungen unterschiedlich. Mir gefällt es jetzt zum Beispiel wirklich sehr gut. Wieder aus der Nähe gefilmt. Das heißt, eins zu eins. Kein Weitwinkel. Und dann können wir ja mal schauen, wie die Hillbrake arbeitet. Weil wir haben ja keine Bremse als solches. Der geht auch direkt in den Rückwärtsgang. Da muss ich vielleicht noch mal schauen, ob ich das umprogrammieren kann. Genauso das mit der Dickfunktion. Hat jetzt leider auf erstes Drücken der Knöpfe nicht reagiert. Das heißt, auch da muss ich mich tatsächlich daheim noch mal hinsetzen. Und werdet euch da aber noch mal auf dem Laufenden halten, was dabei rumkam. So, jetzt schauen wir mal, wie der sich so bergrunter arbeitet mit der eingestellten Hillbrake. Da rollt er von allein fast. Geben wir wieder ein bisschen Gas. Zirkeln wir wieder hier um den Stein herum. Das sieht gut aus. Jetzt musste ich ein bisschen Gas dazu geben. Hillbrake kam dann hier unten zum Stehen. Sehr cool. So, Freunde. Hier habe ich jetzt noch mal für uns einen ruhigen Spot gefunden. Also wie gesagt, bei schönem Wetter, Freunde, ist hier richtig was los. Viele, viele Familien, viele Kinder. Hier wird gewandert, hier wird Fahrrad gefahren, mit dem Hund Gassi gegangen und RC-Spazieren gefahren. Wir gehen jetzt hier weiter. Und ich würde jetzt mal tatsächlich mit euch hier so ein bisschen dieses Wurzelholz hochfahren. Eine Mischung aus Stein, Gras und Wurzeln. Wir waren ja gerade eben an unserem ersten Spot tatsächlich hart auf Stein unterwegs. Jetzt würde ich da einfach mal ein bisschen ein anderes Terrain mit reinbringen. Und wir schauen mal, wie der CR7 sich dort hocharbeitet. Das Ganze dann auch jetzt aus der Nähe wieder gefilmt, sodass ihr da einfach die Fahrzeug-Action nochmal selber nachempfinden könnt. So, wir gehen hoch in die Wurzel. Da kommt ein großer Stein im Weg. Warten wir mal gucken, wie der CR7 das macht. Also hier oben, der steht im Weg. Der ist in unserem Pfad drin. Und wir haben natürlich auch auf dem CR7 mit dem SCX-103-Chassis keine Portalachsen. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir das ohne machen. So, und was ihm dann an Bodenfreiheit fehlt, macht er dann einfach wieder mit Wheelspin weg. So, wir sind dann da auch oben angekommen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Schräglage. Schauen wir mal, ob er das abhaben kann. Frank, ich entschuldige mich gleich mal bei dir für den Fall, dass du gleich auf dein Gesicht fällst. So, und super. Schaut mal, schön vorbeigezirkelt. Das hat funktioniert. Jetzt können wir hier mal noch ein bisschen in die Ferne blicken. Wir werden jetzt nämlich hier an diesem Plateau entlang fahren. Das ist dort relativ eng. Ich hole euch das mal näher her. So, und da fahren wir doch jetzt einfach mal vorbei. Also, ich weiß schon aus älteren Ausfahrten mit anderen Fahrzeugen, die da auch manchmal ein bisschen breiter oder auch länger sind, dass man hier wirklich aufpassen muss. Hier kommt so ein leichtes Gefälle nach links. Das heißt, das Auto neigt sich nach links. Das seht ihr jetzt schon. Die linke Dämpfung, die muss da schon mehr gegen drücken, wie die rechte Seite. Und da muss man natürlich noch zusätzlich aufpassen, weil hier geht einem dann ein bisschen so das Futter aus. Da geht es dann auch mal kurz einen Meter runter. Und auf der Seite kommt so ein bisschen ein Stein. Aber ich sehe jetzt schon, der CR7 hat da keine großen Schwierigkeiten. So, dann bleibt man in der Lenkung. Das heißt, Lenkung voll angeschlagen. Und jetzt wäre natürlich die Dickfunktion sehr gut, wenn die Kurve noch enger gewesen wäre. Aber auch da, CR7 macht es. Und ich merke, dass jetzt zum Beispiel auf grasigem Untergrund natürlich die ProLine Trencher richtig gut packen. So, der arbeitet sich da hoch. Das mag er. Oder vielleicht auch nicht. Schon zu früh gelohnt. So, nochmal auskorrigieren. Ja, ich habe jetzt natürlich den Anspruch, so wenig wie möglich mit dem Fahrzeug zu kippen. Erstens mal will ich dem Frank nicht wehtun. Und zweitens mal ist der noch so schön neu. Da wollen wir keine Kratzer reinkriegen. So, aber wir sind auch hier oben angekommen. So, erzählt Freunde. Und wir haben hier nochmal einen Spot. Zieht euch das rein. Da geht es runter in die Schlucht des Todes. Und wir werden jetzt hier eine Nervenkitzelfahrt machen mit dem CR7. Geben hier die Stufen runter. Da geht es echt steil runter, Freunde. Also das ist wirklich kein Pappenstiel. Dann gehen wir hier rüber aufs Plateau und versuchen uns hier tatsächlich so ein bisschen rüber zu arbeiten und mal an der Kante entlang bis hierher zu kommen, Freunde. Das wird wirklich, wirklich, wirklich jetzt eine Aufgabe. Da muss wirklich ein bisschen Konzentration her. Das heißt, ich werde jetzt aufhören zu reden und werde fahren. So, Vorteil tatsächlich, wenn ihr die Vorwärtsbremsefunktion habt, ihr könnt dann natürlich die Hillbrake mit einer Bremsbewegung sehr gut steuern. Ja, das heißt, ihr könnt dann da beim Abrollen über das Bremsen das Fahrzeug einfach schön... Oha! Oh, habt ihr das gesehen? Eieieieiei! Vor lauter Reden. Freunde, das wäre fast in die Hose gegangen. Ja, ich habe es vorher noch gesagt, der soll nicht runterfallen. Hart gefallen ist er nicht. Aber abgerollt, hör mal. Egal, das versuchen wir nochmal. Frank geht es gut, danke der Nachfrage. So, jaguar noch mal einen weiteren Versuch starten. Diesmal stehe ich hier unten. Kann ich mal das Schlimmste verhindern. also nichts passiert freunde alles gut gehört dazu dafür testen wir ja wenn ich nicht so steil runterkommen würde so nächster versuch vielleicht machen wir das jetzt mal hier ich brauche glaube einen anderen anfahrtswinkel dann kommen wir mal hier rüber vielleicht sieht es zwar etwas unmöglicher aus aber klappt fast schon von alleine aber freunde mir geht die pumpe das war jetzt gerade echt kurz aufregend aber ihr seht ja alles kommt rein ins video auch wenn es mal nicht funktioniert so hier müssen wir nochmal aufpassen ja nicht dass wir uns gleich hier mit die kante rutschen aber der stein ist da ja und schaut mal her die bereifung packt da richtig gut also freunde die proline trencher richtig geile bereifung jetzt bin ich aber falsch abgebogen weil ich wollte hier hinten noch an der klippe des todes entlang das heißt wir schleichen uns jetzt hier über den stein zirkeln hier ganz präzise hoffen dass jetzt nicht gleich wieder kippt weil der flext das schon recht arg rein in die nummer bisschen korrigieren einfach mal die hand hin halten so ich glaube das schlimmste hammer geschafft ich glaube das schlimmste hammer geschafft ganz langsam freunde das war schön das sind die momente und wir sind dann dort angekommen wo wir hin wollten da richtig cool tada zwei minuten und wir sind wieder oben an der ausgangslage freunde ich würde sagen das brüllt doch nach einem schönen abschluss fazit der cheap co7 axial jetzt verfügbar lange zeit nicht verfügbar und eigentlich schon letztes jahr released freunde ich muss aber wirklich die lanze noch mal über das fahrzeug brechen es macht sehr sehr vieles direkt aus dem karton richtig und es ist für mich wirklich schön anzuschauen vor allem finde ich auch dass das fahrbild aus dem karton heraus sehr gelungen ist was ich euch da empfehlen würde auch die tuning schritte die ich jetzt als erstes mal gemacht habe lassen wir mal die funke außen vor das ist ein spezieller moment den teile ich gleich mit euch sondern es geht jetzt hier tatsächlich erst mal ums fahrzeug ich würde euch auf jeden fall mal empfehlen dort bedlock bereifung drauf zu machen ja alu bedlocks kann man ja dann auch mit den mickey thompson original rtr reifen verschrauben die da wirklich auch sehr schön aussehen das darf man nicht falsch verstehen tatsächlich hatte ich aber die trencher mir mal für das projekt ausgedacht ich hatte da mal die blauen trill felgen drauf gesehen habe jetzt aber tatsächlich durch die geburtstagsgabe von dennis und andré quasi nicht dann für die pro bild entschieden und die stehen dem fahrzeug da richtig gut gerade diese blauen akzente kommen da einfach noch mal schön mit der motorhaube raus ich finde es mega cool ansonsten habe ich ja von der elektronischen komponenten seite nichts verändert und habe jetzt dort die xsr reingebracht und wir brauchen ja nicht reden ich meine wir haben die xsr ja schon erlebt draußen mit diversen basher oder auch jetzt mit meinen streckenfahrzeugen und die funke arbeitet das super präzise ja ihr seht ihr hier noch mal wir können das wirklich wirklich schön aussteuern das ist auch wirklich ein ticken mehr wie ich jetzt auch bei der dx6 rug beispielsweise bekomme auch wenn ich da an das gas denke und für das dass wir hier mit brushed elektronik arbeiten rtr sogar in verbindung einer esc und empfänger kombination da muss ich wirklich sagen ist das ein sehr cooles gimmick um direkt aus dem fahrzeug mehr performance rauszuholen so ich sagte ja aber gerade das ist ein spezieller moment weil diese funke habe ich ja schon mal erwähnt kaufe ich mir jetzt nicht unbedingt für 800 euro auf meinen schon 550 euro crawler ja da kann man natürlich noch mal andere wege gehen in dem moment wo jemand aber diese funke aufgrund von anderen fahrzeugen besitzt da macht es sinn freunde die sofort plug in play an das fahrzeug heranzubringen weil da habt ihr dann richtig spaß ich muss jetzt auch noch ein lanyard hin machen bei mir ist das habe ich jetzt schon gemerkt wenn ich dann crawlen gehe echt zu heikel die dann immer irgendwo abzulegen so deswegen xsr da auch ein sehr cooles gimmick wie gesagt für alle die die funke schon haben und dann auf dieses fahrzeug gehen das heißt einfach mal zum entschleunigenden crawler brauchen wenn er aus dem hause axial beispielsweise kommt und mit spektrum elektronik ausgestattet ist probiert euch da aus ihr solltet die funke auf jeden fall ranbringen ich habe es nämlich auch geschafft und ja ansonsten fahrerfigur der lacht immer noch obwohl er vorher schier in den abgrund des todes gefallen war der gute frank skateboard ist noch da seil ist noch da und ja ich für meinen teil muss sagen ich bin da mit dem ersten axial chassis in meiner sammlung schon mal sehr zufrieden ich hatte bisher nur einen klon in form von dem willy freeman oder dann auch noch mal von dem willy ravage der damals geklont war vom axial rave also deswegen ich hatte schon immer so die vermutung dass axial was kann ja wenn sie es nachher mit ihren releases noch auf die reihe bringen dass die fahrzeuge dann auch im anschluss verfügbar sind dann können wir ja schon wieder fast von optimal sprechen ansonsten sehr sehr scaliger crawler ja er hat seinen preis aber freunde ich muss auch da die lanze brechen wenn ich jetzt mich im markt um sehe ja und ich kaufe mir dort ein scaliges anderes modell dann lege ich da auch zwischen fünf und 600 euro auf den tisch natürlich finden wir auch mal modelle da benenne ich jetzt auch einfach mal eins mit einem namen beispielsweise in den axial nicht axial entschuldigung den absima wolf den haben wir hier auf dem kanal auch schon behandelt ich blende mal hier kurz ein der absima wolf auch ein scaliger crawler der unter seinem kleid sehr sehr viel performance allüren hat ja aber trotzdem roundabout mit 400 euro irgendwas aus dem karton raus hilft dann darf man nicht vergessen der wolf hat jetzt beispielsweise keine lizenz und freunde so eine lizenz für so ein fahrzeug kostet einfach auch noch mal geld es gibt einfach die die können mit dem lizenzfreien leben die kaufen sich dann auch für 400 euro einen absima wolf der jetzt anders wie die dickfunktion hier im axial co7 halt eben diese hinterrad scheiben bremsen hat was ja im endeffekt auch einen ähnlichen effekt darstellt ja auf der anderen seite es gibt halt einfach die cheap fans unter uns und die dies lizenziert haben möchten und die greifen dann auf jeden fall auch zu dem axial co7 weil da kriegt ihr für das geld dass ihr bezahlt doch einen sehr coolen crawler und mehr kann ich da dazu auch nicht mehr sagen achte freunde und dann sind wir auch schon am ende vom video angekommen was ich euch heute noch mit auf den weg geben möchte was sich auch seit der letzten testfahrt beim unboxing mit dem co7 noch mal getan hat hinsichtlich dem punktesystem das werde ich da noch mal ein bisschen überarbeiten ich hatte da jetzt auch sehr kreativen input danke geht raus an euch als community die da auch unter das letzte video so ein bisschen was geschrieben haben und ich werde definitiv das punktesystem dort erweitern ich werde von den fünf mal auf zehn punkte gehen allerdings mit unterschiedlicher gewichtung eventuell dazu machen wir tatsächlich dann auch noch mal ein kleines video weil ich dann euch noch mal nahe bringen möchte wie sich das punktesystem verändert hat dann können wir auch den axial dann noch mal durchziehen er wird sich deswegen nicht mehr verbessern er wird sich vielleicht in der wertung etwas verschlechtern aber nichts desto trotz wird er meiner meinung nach punktemäßig noch gut abschneiden allerdings wie gesagt gilt es dann noch ein paar parameter einfach zu definieren der fairness halber und dann können wir das weiter auf dem kanal ausrollen deswegen auch hier von meiner seite in großer dank geht an euch raus immer wieder cool wenn wir dann als rc community etwas gemeinsam erschaffen so ansonsten werde ich mir jetzt noch ein bisschen sonne und felsenmeer und co7 mit der xsr gönnen ich bedanke mich an der stelle fürs zuschauen und wenn euch das video soweit gefallen unterhalten und auch schlauer gemacht hat dürft ihr gerne daumen hoch da lassen solltet ihr fragen haben schreibt es ins kommentarfeld abonniert den kanal und schlussendlich aktiviert die glocke damit ihr nichts verpasst wenn dann das neue video erscheint bei waxes rc tv zwang ich sogar noch richtig schwitzen an freunde schönen sonntag ich hoffe ihr hattet auch ein angenehmes wochenende und bis zum nächsten mal